Linke Politik ist seit langem nicht mehr erfolgreich. Die Gesellschaft schreibt ihr keine Wirtschaftskompetenz zu und sie wird immer mehr und mehr mit Verzicht, Moral und Bescheidenheit verbunden. Genau das Gegenteil bräuchte es aber, um wieder breite Bevölkerungsschichten zu erreichen. Wenn du wissen willst, wie das gelingen kann, dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video sprechen wir über linke Politik, ihr Verhältnis zur Wirtschaft und wie sie wieder gewinnen kann. Diesmal freue ich mich über Verstärkung von niemand Geringerem als Wolfgang M. Schmidt, unter anderem bekannt aus dem sehr zu empfehlenden Podcast Wohlstand für alle und der Politikanalyse von Jung und Naiv. Steigen wir aber gleich mal ein. Immer wieder zeigen Umfragen, wie zum Beispiel diese hier beim ZDF-Politbarometer, dass nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung linken Parteien Wirtschaftskompetenz zuschreibt. Warum ist das problematisch? Nun, hier möchte ich zwei Gründe anführen. Der erste Grund, Menschen wählen Parteien, die Sicherheit vermitteln. Sicherheit zu vermitteln bedeutet allen voran auch für eine brummende Wirtschaft zu sorgen. Denn wenn die Wirtschaft brummt, bedeutet das Jobs, dann bedeutet das Einkommen und Geld. Das ermöglicht den Menschen, ihre kleinen Träume sich zu erfüllen und sozioökonomisch aufzusteigen. Wenn eine Partei das nicht vermittelt, wird sie nicht gewählt. Auch wenn sie vielleicht die besseren Sozial- oder Klimaprogramme im Angebot hat. Der zweite Grund, Wirtschaftspolitik, ist der zentrale Hebel, um für bessere Verhältnisse zu sorgen. Denn Wirtschaftspolitik beeinflusst nahezu alle anderen Politikbereiche auch. Arbeit, Bildung, Gesundheit, Verkehr, Wohnen bis hin zur Klimapolitik. Das heißt, linke Parteien sollten einen besonderen Fokus auf die Wirtschaftspolitik legen. Genau das machen sie aber leider nicht. Und damit kommen wir auch schon zu der wichtigen Frage, warum wird linker Politik keine Kompetenz in Sachen Wirtschaft und Finanzen zugeschrieben? Hier möchte ich eine ganze Reihe von Gründen anführen. Der erste Grund liegt eigentlich auf der Hand, weil Linke sich nicht so sehr für Wirtschaft und Finanzen interessieren, wie sie sich zum Beispiel für Kulturthemen interessieren. Kulturthemen werden total überhöht. Das liegt daran, weil man hier viel einfacher und mit oberflächlichen Positionen Aufmerksamkeit erhaschen kann. Allen voran in der eigenen Filterblase in den sozialen Medien. Mit Wirtschaft und Finanzthemen geht das nicht so einfach und ist das mit der Oberflächlichkeit so eine Sache. Denn da kann man sich schon mal schnell die Finger verbrennen, wenn man sich nicht vernünftig auskennt. Dazu kommt, je weiter man im politischen Spektrum nach links geht, desto größer wird der Wunsch nach Systemwechsel statt Systemverbesserung. Mit marxistischer Rhetorik, theoretischer Kapitalismuskritik und utopischen Maximalforderungen kommt man aber zumindest heute beim Wähler nicht an. Gleiches gilt für das pauschale Moralisieren von Profiten und der pauschalen Kritik an der Marktwirtschaft. Bei so einer Kritik gehen dann die ganzen relevanten Unterschiede zwischen dem Bäcker-Lutze und dem Handwerksbetrieb auf der einen Seite und den Großkonzernen wie Volkswagen und Amazon zum Beispiel auf der anderen Seite komplett verloren. Weil man aber glaubt, den Feind gefunden zu haben, nämlich den Kapitalismus, verzichtet man auf Differenzierung und interessiert sich auch nicht mehr für konkrete wirtschaftliche Zusammenhänge. Dann geht es auch nicht mehr um pragmatische Verbesserungen im Steuersystem, um Entlastungen für Leute mit kleinem Geldbeutel, um Industriepolitik oder um Arbeitsplätze, sondern nur noch um die große Überwindung des Kapitalismus. Damit vermittelt man den Menschen aber keine Sicherheit und überzeugt sie deshalb auch nicht in der breiten Masse, das Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen. Außerdem werden viel zu häufig konservative Narrative bedient, etwa dass der Staat vom Steuergeld der Reichen und der Unternehmen abhängig sei, dass Staatsschulden schlecht seien zwar nicht immer, aber grundsätzlich eben doch schon. Damit spielt man den Konservativen voll in die Karten, die sich dann für schwarze Null und eine angebliche generationengerechte Finanzpolitik auf die Schulter klopfen können. Auf der anderen Seite verpasst man es dann, Konservative dafür zu kritisieren, dass sie auch schlechte Wirtschaftspolitik machen. Denn wenn Linke Konservative kritisieren, dann ist in 99% der Fällen die Kritik, dass die Politik unsozial ist. Nicht, dass sie schlecht für die Wirtschaft ist. Eine schwarze Null und eine Schuldenbremse sind aber nicht nur unsozial, ja, das sind sie, sondern sind auch schlecht für die Wirtschaft. Wer jetzt nach Corona Schulden abbauen will, der bremst die Wirtschaft. Der sorgt dafür, dass der Bäcker Lutze weniger Brötchen verkaufen kann, dass der Handwerksbetrieb weniger Aufträge bekommt. Weil man das nicht macht, vermittelt man also auch nicht glaubhaft den Eindruck, dass man selbst für eine gut laufende und stabile Wirtschaft sorgen könnte. Auch wenn die Leute also merken, dass die konservative Politik klar nicht ganz optimal ist, haben sie trotzdem Angst, den Status Quo zu riskieren und zu verlieren und sind deswegen misstrauisch gegenüber linker Politik. Ferner konzentriert man sich in der Kommunikation zu selten aufs Angebote machen, aufs Gestalten und auf Sicherheit vermitteln und zu häufig aufs Wegnehmen, aufs Verbieten, aufs Moralisieren, auf Verzicht und auf Bescheidenheit. Damit strahlt man keine positive Vision aus. Und dann greift wieder das eben erklärte Prinzip beim Wähler, dass er Angst hat, was zu verlieren und sein Kreuzchen dann doch lieber wieder bei der CDU macht. Genau diesen letzten Punkt in Sachen Verzicht und Bescheidenheit beleuchtet und kritisiert Wolfgang und macht einen Alternativvorschlag für eine positive Erzählung. Meine frühe Kindheitserinnerung politischer Natur lässt sich auf einen einzigen Satz zusammendampfen. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Das war das Mantra der Kohl-Regierung, wenngleich man das bei Helmut Kohl nicht allzu wörtlich nehmen sollte. Als es dann 2008 zur Finanzkrise kam, da modelten Neoliberale diese ganz schnell in eine Schuldenkrise um und kreierten das Narrativ, die Menschen haben über ihre Verhältnisse gelebt, gerade die im Süden und jetzt heißt es sparen. Es kam zur bekannten, berüchtigten Austeritätspolitik. Und jetzt im Zuge des Klimawandels, da wird wieder von Verzicht geredet und ich glaube, wir müssen höllisch aufpassen, dass wir diese Verzichtsideologie jetzt nicht unter dem Deckmantel-Klimawandel wieder aufs Neue propagieren und das dann plötzlich auch in linken Bewegungen, linken Parteien. Denn geht es wirklich darum zu verzichten? Ja, auf manches müssen wir sicherlich verzichten. Es geht nicht an, dass wir wie die Verrückten fliegen, dass die Autos immer größer werden, dass sie die Umwelt verpesten. Aber sollten wir jetzt tatsächlich alle weniger haben, uns bescheiden? Was sagen denn eigentlich Durchschnittsverdiener oder die, die wesentlich weniger als der Durchschnitt verdienen, was sagen die eigentlich dazu, wenn man jetzt kommt mit Verzicht? Eigentlich müsste es doch darum gehen, dass unser Leben reicher wird, dass Fülle da ist, dass wir Möglichkeiten haben, uns ganz neu auszuleben, zu entwerfen. Und wir müssten auch eines noch bedenken, wenn wir das global uns anschauen. Der Kapitalismus hat durchaus ja viele, viele Millionen Menschen aus der Armut gehoben. Aber diese Ungleichheit, die da tatsächlich etwas abgenommen hat, wenn man jetzt mal davon absieht, dass die Reichen auch unglaublich viel reicher geworden sind, das ist etwas ganz, ganz Trügerisches, wenn man doch einmal den Vergleich wagt zwischen denen, denen es schon einigermaßen gut ging und denen, die jetzt gerade aus der Armut gehoben wurden. Es heißt bei Branko Milanovic in seinem großartigen Buch Und diese gilt es ja zu adressieren, die gilt es als Wähler zu gewinnen oder als Aktivisten zu gewinnen. Da kommt man mit einer Verzichtsideologie schlecht weiter, denn diese Leute verzichten schon und zwar seit 20, 25 Jahren. Die haben keine Lohnerhöhungen gehabt, die haben keine steuerlichen Erleichterungen gehabt und die haben es jetzt vielleicht auch noch ein bisschen schwerer, bald mit dem Auto mal in die Innenstadt zu fahren. Sollte man da nicht zunächst einmal sowieso auf positive Narrative setzen und statt jetzt über Benzinpreise zu diskutieren, lieber einmal sagen, wir mit uns an der Macht, wir werden dafür sorgen, dass die Bahntickets nur noch halb so viel kosten. Damit wäre wirklich ein Mehr geschaffen, eines, das allen gut tut, der Umwelt aber auch jenen, die sich momentan das Bahnfahren gar nicht so recht leisten können. Ja, und hier wäre eigentlich auch der Ansatz zu sagen, wo könnte man noch für Fülle sorgen. Nämlich zum Beispiel eine Fülle an Freizeit wäre doch gut, also müsste man die Arbeitszeit etwas verkürzen. Aber sicherlich können wir auch nicht einfach so auf Konsum verzichten, denn wir leben nun einmal im Kapitalismus und der schafft nicht einfach nur irgendwelche Bedürfnisbefriedigungen, sondern da geht es natürlich auch darum, dass Produkte verkauft werden, dass dadurch ein Wert entsteht. Jetzt geht es immer darum, wie sinnvoll welche Produkte sind, wie umweltschädlich sind sie, aber dennoch kann auch hier Luxus möglich sein und kann man sich vielleicht auch die ein oder anderen Spleens gestatten. Manch einer, habe ich mir sagen lassen, trägt zum Beispiel hin und wieder gerne mal einen neuen Anzug. Ich glaube, wir brauchen, um eine progressive Politik zu machen, etwas, was sich loslöst vom Verzicht und was sich hinwendet dem Genuss. Wir brauchen einen linken Hedonismus. Das Plädoyer für einen linken Hedonismus kann ich nur vollstens unterstützen. Idealerweise sollte es doch mit einem stärkeren Fokus auf Wirtschaftspolitik und pragmatischen Politikvorschlägen für die Bevölkerungsmehrheit einhergehen. Dann kann linke Politik wieder Sicherheit und Zuversicht vermitteln. Pragmatische und gut durchdachte Wirtschaftspolitik bedeutet aber eben auch mal von den idealistischen Maximalforderungen, von den alten linken Patentrezepten und von Systemwechselambitionen Abstand zu nehmen. Die Leute müssen uns nämlich glauben, dass wir in kurzer Frist ihre materiellen Lebensverhältnisse verbessern können, dass linke Politik ihnen ermöglicht, sozial-ökonomischen Aufstieg zu erleben und sich ihre kleinen Träume zu erfüllen. Das bedeutet auch, dass wir zu Verzicht und Verboten schweigen, solange es noch keine neuen, mindestens gleichwertigen Alternativangebote gibt. Solange Bus und Bahn nicht vernünftig fahren, solange die Menschen zum Beispiel für ihre Jobs weiterhin in die Peripherie der Großstädte ziehen müssen und dort pendeln müssen, sollten wir das Auto der Leute einfach mal in Ruhe lassen. Und ja, andersherum bedeutet das auch, dass linke auch mal für Steuersenkung und Bürokratieabbau eintreten, wenn das gerade opportun ist. Jetzt bei der temporären Senkung der Mehrwertsteuer in der Corona-Krise war zum Beispiel so ein Moment, wenn die Mehrwertsteuer unten ist, sie trifft vor allem diejenigen mit kleinen Geldbeutel, warum nicht mal mit vereinten Kräften dagegen halten, wenn sie wieder erhöht werden soll? Von weniger Bürokratie und Brummen der Wirtschaft profitieren ja auch Mittelständler und Gewerbetreibende. Wir müssen dem Bäcker Lutze, dem Handwerksbetrieb und dem Lüftungsgroßhandel eben vermitteln, dass auch ihr Geschäft mit linker Politik besser läuft, dass sie mehr Aufträge haben und mehr Brötchen und mehr Lüftungsrohre verkaufen können. Das ist eine relevante Wählerklientel, die auch Multiplikatoren hat, die wir bis heute aus meiner Sicht zu wenig erreichen. Pragmatische Politik bedeutet für mich außerdem auch, nicht immer mehrere Forderungen miteinander zu verbinden, in einen Topf zu schmeißen, gemeinsam umsetzen zu wollen, etwa indem man Superreiche besteuern will, um Projekt ABC umzusetzen, sondern den Fokus lieber auf einige wenige konkrete Einzelmaßnahmen und die dann mit ökonomischen, sozialen, ökologischen Gründen stark machen. Um hier nicht missverstanden zu werden, das ist kein Argument gegen die Besteuerung von Reichen, bei aller Liebe, sondern ein Argument dagegen, andere Reformen davon abhängig zu machen und es kommunikativ so in den Mittelpunkt zu rücken. Zumal wir uns hier, glaube ich, mal ein bisschen ehrlich machen müssen und uns selber ein bisschen Wasser in den Wein einschenken sollten, denn klar ist es super, die Ungleichheit reduzieren zu wollen, aber mit ein paar Prozent Vermögensteuer sind die Reichen danach immer noch reich. So reich, dass sie genauso viel konsumieren, lobbyieren, korrumpieren können, wie sie es vorher gemacht haben. Im Gegensatz dazu bringt jede Staatsausgabe und jede Lohnerhöhung, die in die Taschen von kleinen Leuten fließt, denen viel, viel mehr als der extrem aufwendige, aber nicht wirklich aussichtsreiche Kampf darum, den Superreichen ein paar Euros vom Konto zu räumen. Das heißt, hier sollte man auch die Prioritäten entsprechend anpassen. Außerdem sollten Linke die CDU nicht nur für ihre soziale Kälte kritisieren, sondern auch dafür kritisieren, dass sie schlecht für die Wirtschaft ist. Und da gibt es wirklich so viele Angriffspunkte mittlerweile. Ich will nur mal ein paar aufzählen. Investitionsstau, klamme Kommunen, lahmende Produktivität, Verschleppung der Digitalisierung, Corona-Betriebspleiten, Mängel in der öffentlichen Daseinsvorsorge, in Bildung, in Gesundheit, in Pflege, in Forschung und nicht zuletzt natürlich das industriepolitische Versagen während der Corona-Krise in Sachen Impfstoff und Schnelltests. All diesen Themen muss man die CDU und die CSU und die anderen Konservativen bei Lanz, bei Ilna, bei Maischberger und so weiter und so fort alt aussehen lassen. Insgesamt ergibt sich, wie ich finde, aus dem Mix von Pragmatismus, Wirtschaftsfokus und einer neuen positiven Erzählung, einem linken Hedonismus ein extrem großes Potenzial für linke Politik. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man weniger dem neuesten Hechtag in den sozialen Medien hinterher eifert, um dort Applaus in der eigenen Filterblase für oberflächliche Kulturkämpfe abzustauben, sondern sich mehr um die harten, die ökonomischen Sachthemen kümmert, um dort gute Lösungen anzubieten. Denn nur wenn linke Politik Sicherheit und gut laufende Wirtschaft vermitteln kann, dann wird sie auch gewählt. Soweit also zu linker Politik, ihrem Verhältnis zur Wirtschaft und wie sie wieder gewinnen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ein Like und ein Abo dalässt. Wenn du es noch nicht gemacht hast, auch die Glocke aktivierst. Wenn du den Kanal grundsätzlich cool findest, kannst du mich finanziell unterstützen über PayPal und über Steady. Die beiden Links findest du unten in der Beschreibung. Und ansonsten bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.